Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play Modern Comma 2 mit dem Ichiro LP. Tut mir leid, dass ich die letzte Aufnahme von diesem geilen Spiel, ja, ohne Verabschieden gemacht habe. Oh, lol. Lol. Granate, Junge, Granate. Du holst deine Scheiß dran. Kill. Ha, no Scope. Scope wird total überschätzt. Ich hab die Fahne. Ich hab die Fahne. Töten. Nicht, bitte. Bitte nicht. Mami, bitte nicht. Yeah. So, ich hab einen Punkt gemacht. Oh, meine Teammaten sind so richtig scheiße. Oh, ja. Nein, ich bin tot. Ich hab mich sogar selbst getötet. Alter. Ulf hat dich getötet. Alter, Junge, ich hab 5 zu 1. 100. Ich hab eine 5er KD, Junge. Ich bin einfach geil. Boah, ich bin voll das Biest, ey. Das glaubst du gar nicht. Boah. Ich bin alle, ich bin der Walk 99. Ich muss snipen. Obwohl ich snipe grad selbst. Ich hab das. Ich hab das. Oh, die Chiro LP ist tot. Oh, die Chiro LP ist tot. Oh, die D-Shot hat mich getötet. Ich weiß. Schade. Ich mach nur meine Arbeit. Ich bin Tim Zanier. So, The Walk 99. Ja, der kann überprüft. Lol. Nein, meine Granate ist schon wieder abgeprallt, aber ich hab's überlebt. Ziemlich knapp, aber ich hab's überlebt. Und Tim Zanier hat mich getötet. Ich bin Tim Zanier. Ich muss den Pio-Ber töten, weil ich sonst nichts kann. Scheiße. Wie du vielleicht gesehen hast, hab ich mit Sniper gespielt. Und die kann halt nichts auf einen Meter. Lol. Nein. Ach, Tim Zanier. Ich hab dich getötet. Ich bin Tim Zanier. Ich kann gar nichts. Außer Spastiken haben. Lol. Alter. Ich bin The Walk 99. Ich muss snipen. Komm schon. Nein, die Granate ist genau neben dir gelandet. Hätte dich nämlich jemand anderes getötet, dann hätte ich dich getötet. Ey, du bist neuer Gastgeber. Oh fuck. Ist gut, dann mach gleich Gebäude an. Ja, wollte ich eben machen. Leute, nicht auf den Bauch rumpacken. Haha. Ja, ich hab ne One-Shot-Sniper. Alter. Siehst du? Nein! Entschuldige, hab ich dich getötet. Ja, du kleine Mutterfickern. Oh, ich seh dich. Wo bin ich? Ach, sitzt du da drin? Ne. Ach ne, das war der Ulf. Der Ulf, der hat mich geblendet. Ja. So, The Walk 99 ist tot. Alter. Alter. Ich seh nix. So, Junge, Doppelkill. Ach, ich seh nicht, ich seh nicht. Nein! Ach, mit ner Sniper auf einen Meter machst du halt nichts, ne? Ja. Das stimmt wohl. Nein! Ich weiß. Die sind so scheiße, die können nichts. Lol. Maximilian 2211, danke für die EP. Ja, der Spruch geht eigentlich sogar noch. Tja, da machst du nichts, ne? Wo standest du? Hinter dem Felsen. Also nicht am Hauptweg, sondern auf der anderen Seite. Alter, wie fällt das denn? Lol. Alter, The Walk 99, ey. Was hast du mit deiner Sniper gemacht, dass sie so gut ist? Lol. Ja. In Skubel. In dem Spiel snipen. Was? Was? Was ich gar nicht kann, ist mit der Sniper. Das mach ich jetzt gleich aus. Nein! Schade. Irgendwie, hast du grad Schaden bekommen? Nein. Lol. Ich hab dir nen Hitmarker gegeben mit meiner One-Shot-Sniper. Ja. Fuck. Ach, da machst du nichts. Ja. 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 Nein, nicht 300. Nein. Alter, das geht echt nicht. Ich hab dir nen Hitmarker gegeben und du stirbst nicht. Ja, war kurz davor. So, In Skubel ist tot. Aber ich bin Maximilian. Ich muss von der anderen Seite kommen. Alter, was hat der mit seiner Sniper gemacht? Der hat nen Drei-Schuss-Sniper, aber die tötet mit einem Schuss. Entweder der hat nen One-Shot-Hack drin oder der ist scheiße. So. Zurückgeschlagen. Oh, das war ein geiler Quickscope. Okay, Sniper. Schumann. Scheiße, nein. Boah, jetzt tötet ihn doch einfach mal. Alter, Junge. Irgendwie werfen alle modernen Komma-Zwei-Spieler irgendwie immer total krass viel Granaten. Alter. Ah, der heißt gar nicht Entskubel. Der heißt Entskube 1. Ja. Ja. Alter. Alter, das ist echt nicht mehr geil, das Spiel. Alter, wie hält der denn aus? Ich hab mich grad auf den, der heißt da, nur Rino oder so. Ja, ich camp hier auch, also. Was ist denn? Warte. Hallo. Hi. Wie ist es denn so tot zu sein? Ich muss sagen. Ganz nett. Lol, wo war der denn? Alter, Ulf. Ich glaub, der hat sich so... Lol. Lol. Alter, ich hab dem mitten ins Gesicht geschossen, Alter. Wie kann der das überleben? Alter, Junge. Das geht echt nicht mehr klar. Die Spawns sind in dem Spiel so behindert. Ich weiß. Nein. No Scope. Nein. Lol. Wieso hat der nicht gemessert? Nein. So, ich mach mal ne kurze Pause. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt. Modern Combat 2 ist scheiße. Bis dahin. Tschüss.